Weißes Feuer von Tiffany D. Jackson und sicherlich habt ihr von dieser Autorin von mir auch schon etwas gehört. Monday, Wo bist du zum Beispiel, Der bittere Trost der Lüge, das waren fantastische Bücher, die nicht nur berühren, sondern auch auf erschreckende Weise so die Realität von schwarzen Menschen abbildet und die Realität mit Horror und Horror verknüpft. Und Tiffany D. Jackson ist eine fantastische Autorin und ich freue mich, dass es jetzt wieder ein tolles Buch von ihr gibt. Ich werde euch den Klappentext vorlesen erstmal und dann starten wir gleich. Tiffany D. Jackson erzählt eine erschreckende, moderne Version der klassischen Spukhaus-Geschichte. Die 16-jährige Marigold leidet unter einem Trauma, doch der Umzug könnte der Neuanfang sein, den sie braucht. Mit der gesamten Familie zieht sie in ein Haus im schwarzen Viertel von Sederville im Mittleren Westen. Doch das tolle Bilderbuchhaus wird von den Nachbarn misstrauisch beäugt und hat seine Geheimnisse. Schränke öffnen sich von selbst, Geschirr verschwindet und in den Wänden hört man ein gespenstisches Flüstern. Was aber noch viel unheimlicher ist. Marys kleine Stiefschwester redet dauernd mit etwas, das nur sie sehen kann. Und es will, dass Mary aus dem Haus verschwindet. Nun ja, vor Geistern davonlaufen es albern, die gibt es ja nicht, oder? Doch Mary erwartet eine Wahrheit, die viel grausamer ist. Ja, und Locke's Magazine hat dazu noch eine kleine Rezension unten drauf geschrieben. Dies ist mehr als eine Geschichte über ein Spukhaus und eine gequälte junge Frau. Es geht darum, was passiert, wenn das Ziel des Bösen schwarze Frauen sind, die mittels der Vorrechte von Weißen unterdrückt werden. Also, ganz wichtige Themen werden in diesem Buch angesprochen. Dennoch sind sehr viele fiktive Elemente dabei. Und ich habe es gerade schon, bevor das hier begonnen hat, schon mal erzählt, dass es für mich am Anfang gar nicht so leicht war, eine Stelle rauszufinden, die ich euch vorlese. Denn die Horror-Elemente, die werden am Anfang wirklich so punktuell gesetzt, dass man das am Anfang gar nicht so richtig mitkriegt. Man lernt die Patchwork-Familie kennen von Mary Gold und die typischen Teenager-Probleme. Deswegen ist der Anfang vielleicht auch so ein bisschen schwer zu lesen, sage ich mal, oder ungewöhnlich zu lesen. Und zwischendurch, Achtung, Trigger-Warnung, Mary Gold hat eine Phobie vor Krabbeltieren. Und da werden immer so ein paar Funfacts über Bettwanzen zum Beispiel erzählt, die schon einen so ein bisschen ekel empfinden lassen. Also, diese Phobie ist ja auch ganz präsent. Ja, also das Buch ist mit einem ganz modernen Ton geschrieben. Und diese unheimlichen Dinge, die passieren, die sind am Anfang so unscheinbar, wie eine Person, die im Hintergrund langläuft. Und erst beim zweiten Mal schauen eines Filmes entdeckt man, dass da schon ein Foreshadowing war. Und so ist es bei dem Buch, muss ich sagen. Also, dass die Familie morgens aufwacht und dann steht da eine Tasse, die da eigentlich keiner sagt. Also, alle sagen, sie haben die Tasse nicht angefasst. Wer hat jetzt die Tasse rausgeholt? Und dann beschuldigen die sich gegenseitig die Kinder und machen dann so, ja, du warst das. Also, wisst ihr, sowas. Am Anfang sind das wirklich so ganz normale Dinge, die passieren, womit niemand rechnet, dass es was Gruseliges wird. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Wohin die Reise geht, ist wirklich, ist wirklich richtig gut in Szene gesetzt. Ich empfehle euch wirklich, dieses Buch zu lesen. Generell empfehle ich euch alles von Tiffany, die Jackson. Also, damit macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Und jetzt fange ich an zu lesen. Ich fange übrigens mitten im Kapitel an, weil das, glaube ich, so besser gesetzt ist. Ach ja, die Familie reist jetzt gerade an zu dem neuen Haus, das sie beziehen. Und die Kinder haben das nicht vorher gesehen. Sie verlassen also ihre Freunde, ihr altes Umfeld. Die Amerigold wird komplett aus ihrem Leben gerissen. Und sie trägt ein Geheimnis mit sich, das die Leserschaft zu dem Zeitpunkt auch noch nicht weiß. Und nun betreten sie das Haus. Die Tür schwingt quietschend auf und wir betreten den Eingangsbereich. Von innen wirkt das Haus gigantisch. Bestimmt dreimal so groß wie unsere Strandbode, wie Dad unser altes Haus oft genannt hat. Das Haus wurde in den frühen 70ern erbaut, aber selbstverständlich haben wir es modernisiert. Armaturen aus rostfreiem Edelstahl, neue Leitungen, Böden und so weiter und so fort. Zu ihrer Linken befindet sich das Wohnzimmer. Bitte ignorieren Sie das herumliegende Werkzeug. Rechts sehen Sie das große Esszimmer. Der perfekte Ort für die Abendgesellschaft. Die Treppe wurde gerade erst gebeizt. Sieht sie nicht fantastisch aus? Holz. Das ist alles, was ich sehe. Überall nur Holz. So viele neue Brotstätten für... Bettwanzen. Schon gewusst? Bettwanzen nisten sich am liebsten in Matratzen, Reisekoffern, Büchern, Wandrissen, Steckdosen und vor allem ein, was aus Holz besteht. Dort hinten gibt es eine wunderschöne Küche, die sich zum Fernseherzimmer hin öffnet. So kann man die Kinder beim Spielen immer am Auge behalten. Und diese kleine Frühstücksnische hier bekommt viel Tageslicht ab. Außerdem gibt es eine begehbare Speisekammer und jede Menge Stauraum. Tausende Kirschholzschränke, holzgetäfelte Erkerfenster, polierte Holzdielen. Holz, Holz und noch mehr Holz, soweit das Auge reicht. Mit zittrigen Händen stelle ich mein Terrarium neben den Willkommenskorb voller Wurst, Käse, Walnüsse und Keksen ab. Sofort schnappe ich mir die Nüsse und werfe sie in den Mülleimer, worauf Irma zusammenzuckt. Mom meldet sich erklärend zu Wort. Tut mir leid, Sammy ist allergisch. Oh, verstehe. Irma blinzelt irritiert. Ähm, die erste Tür hier drüben führt in eine kleine Bibliothek. Hier könnte man ein hübsches kleines Arbeitszimmer einrichten. Ich klopfe gegen die Wand. Hohl. Das Haus hat ein gutes Grundgerüst, aber es ist beschissen isoliert. Ich stampfe auf den Boden, das Echo halt durch die Räume. Irma wirft Mom einen gereizten Blick zu. Äh, ihr Dad ist Architekt, erklärt Mom kleinlaut. Oh, verstehe. Ich frage mich, warum mich jeder so ansieht, als wäre ich die Verrückte hier. Falls die Winter im mittleren Westen auch nur annähernd so kalt wie in all den Hollywood-Streifen sind, werden wir spätestens im November erfrieren. Ich ziehe mein Smartphone hervor und richte mir eine neue Erinnerung ein. Wecker, 10.25 Uhr. Heizdecken bestellen. Was ist dort? fragt Sammy und zeigt auf die Tür unter der Treppe. Das dunkle, verzogene Holz steht im starken Kontrast zu dem gebeizten, polierten Interieur. Oh, das ist der Keller, aber der ist nicht zugänglich. Mr. Watson wird es noch erklären. Er ist der Ansprechpartner. Wollen wir uns die Schlafzimmer ansehen? Wir steigen die Treppe hinauf und versammeln uns in dem fensterlosen Flur. Über uns ertönt ein dumpfer Schlag. Piper schreit auf und klammert sich an Alec. Keine Sorge, das sind nur die Dachdecker. Jedenfalls gibt es hier vier Schlafzimmer. Drei kleinere und ein großes mit Bad. Das große Schlafzimmer überblickt den Vorgarten und hat riesige Fenster. Wie findest du's? flüstert Mom mir strahlend zu. Hübsch, oder? Hier gibt's eine Menge Holz, erwidere ich und kratze mir die Arme. Und hier drüben befindet sich das obere Bad. Riesig, oder? Das ist eine echt antike Klauenfußwanne. Während sie alle den Raum betreten und die Schachbrettfliesen bewundern, setze ich mich von der Gruppe ab, um Dad anzurufen. In Japan ist es fast schon Mitternacht, aber um diese Zeit sollte er noch wach sein. Kein Empfang. Mitten in der Stadt? Das ist... unmöglich. Der Boden knarrt leise hinter mir, so als träte jemand Schweres auf die alten Holzdielen. Im Dunkeln läuft mir ein Schauer über die Arme. Hier drin fühlt es sich kälter an als draußen. Ich drehe mich gerade rechtzeitig um, um einen Schatten hinter einer der Schlafzimmertüren vorbeigleiten zu sehen. Sollten die Dachdäger nicht eigentlich auf dem Dach sein? Hallo? Rufe ich und schleiche mich näher heran, während ich vorsichtig auftrete. Ganz leise höre ich ein ruhiges Atmen, bevor sich der Schatten entfernt. Dann herrscht wieder Stille. Ich drehe den Türknopf herum, das Schloss schnappt auf. Die Tür schwingt ganz von selbst auf und ich erwarte schon fast, dass jemand dahinter steht. Aber dort steht niemand. Das Zimmer ist leer. Die Wände sind weiß und kahl. Es gibt nicht einmal Vorhänge an den Fenstern. Draußen auf dem mit Unkraut überwucherten Hinterhof wogen die hohen Kiefern in der sanften Brise behäbig auf und ab. Puh, saft sich und lache über meine Paranoia. Der Wind, die Sonne, die Zweiger. Natürlich entstehen so Schatten auf dem Boden. Versteht ihr jetzt, warum ich mich so dringend entspannen muss? Das sonnendurchflutete Zimmer mit dem kleinen Schrank und den leicht abfeilenden Dielen wirkt gemütlich, irgendwie friedlich. Mein Guru hat einmal gesagt, zu Hause ist kein Ort, es ist ein Gefühl. Vielleicht ist dieser Ort gar nicht so schlimm, aber schon einen Moment später fällt mein Blick auf den riesigen, klaffenden Spalt zwischen Wand und Fensterlaibung. Also, eigentlich ist er nicht wirklich riesig und klaffend, aber immerhin groß genug für ein paar Bettwanzen. Ich ziehe eine Kreditkarte aus dem Geldbeutel und fahre damit durch die Ritze. Das kann ich bestimmt mit ein bisschen Silikon abdichten. Irma stöckelt ins Zimmer, dicht gefolgt von meiner Familie. Und hier haben wir... Ähm, Liebes, was treibst du da? Ich richte mich auf. Ähm, ich prüfe das Zimmer auf Bettwanzen. Mom zwingt sich zu einem Lächeln. Mary ist sehr proaktiv, wenn es um... Ähm, Heimpflege geht. Irma steht noch immer der Mund offen, aber sie erwidert das gekünstelte Lächeln. Oh, na schön in Ordnung. Warum gehen wir nicht alle zurück in die Küche? Sammy grinst mich an und formt mit seinen Lippen einen Spinner, während wir wieder nach unten gehen. Oh, Mr. Watson, flirtet Irma und winkt dem älteren Herrn im Eingangsbereich zu. Das sind die Anderson Greens. Ich habe Ihnen gerade Ihr neues Zuhause gezeigt. Mr. Watson macht kein Geheimnis aus seiner Abneigung gegenüber Irma und seufzt laut. Er ist ungefähr 1,90m groß und hat keine Haare mehr, dafür aber einen dichten, graumelierten Bart. Seine Haut ist schokoladenbraun. Er nimmt den Bauhelm ab und nickt uns kurz zu. Hallo, sagt er. Achtet auf den Wasserdruck. Geht behutsam damit um. Hier ist alles neu. Ich seh mal nach den Jungs. Er nickt uns ein zweites Mal zu, klopft auf den Helm und verschwindet aus der Haustür. Okay. Alec kichert. Mr. Watson scheint kein Mann großer Worte zu sein. Das ist mir auf Anhieb sympathisch. Also, fährt Irma fort. Wollen wir? Irma legt die Mappe auf der Granitplatte der Kücheninsel ab und zieht ein paar Prospekte und Dokumente daraus hervor. Also, hier ist der Vertrag, den sie unterzeichnen müssen. Aus rechtlichen Gründen gehe ich die Bedingungen noch einmal mit ihnen durch. Aber natürlich, sagt Mom. Alec steht daneben und massiert ihr den Nacken. Wie aus dem Nichts taucht Piper plötzlich hinter ihm auf und zupft an seinem Hemd. Ihr ständiges Heischen um Aufmerksamkeit wäre amüsant, wenn es nicht so schrecklich nervtötend wäre. Irma rückt ihre Brille zurecht und liest eines der Dokumente vor. Wie schon besprochen, dürfen Schriftsteller, die an der Grow Where You're Planted Autorenresidenz, kurz GYIP, teilnehmen, für die Dauer ihres Aufenthalts kostenlos in einem unserer historisch restaurierten Häuser wohnen. Auf Wunsch kann das Gebäude danach erworben werden. In jedem Quartal erwarten wir von teilnehmenden Schriftsteller, also von ihnen, an Benefizessen, Netzwerkveranstaltungen und Spendengalas teilzunehmen, was zu den Bemühungen der Stirling Foundation beiträgt, die Gemeinde von Sederville wieder aufzubauen. Am Ende seines Aufenthalts muss der Autor wenigstens ein abgeschlossenes Projekt vorweisen. In ihrem Fall ist das ihr neues Buch. Verstößt der Schriftsteller gegen diese Vereinbarung, dann hat er die sofortige Zwangsräumung zur Folge und er muss die gesamte Hypothek inklusive Zinsen zurückzahlen, zuzüglich sämtlicher Schäden, die während seines Aufenthalts entstanden sind. »Daddy, was bedeutet Zwangsräumung?« Alec strecht Piper eine Haarsträhne hinter das Ohr. »Das heißt, man muss sofort ausziehen, aber keine Sorge, das wird nicht passieren.« In Alecs Worten schwingt eine subtile Warnung mit. Mom holt tief Luft. »Also, wo soll ich unterschreiben?« Während Mom und Alec den Papierkram erledigen, stehe ich vor der Glastür, die den kleinen umzäunten Hinterhof führt. Dort versuche ich, wie versprochen, der zu erreichen, aber der einzelne Empfangsbalken, die mir mein Handy anzeigt, reicht kaum aus, um eine Nachricht abzuschicken. Draußen streicht einer der Bauarbeiter das Kirschholz der Veranda dunkel. Seine Pinselstriche wirken fahrig und gehetzt, von seinem Nacken tropft Schweiß. Mann, warum bist du so nervös? Mom stellt sich neben mich und legt mir die Arme um die Schultern. Sie strahlt eine harmonische Wärme aus. »Hier haben wir genug Platz für einen neuen Garten. In der Ecke dort drüben könnten wir ein paar Hochbeete anlegen und wir sollten sie einzäunen, damit Bart keine Löcher gräbt.« Sie versucht, mir das Ganze schmackhaft zu machen, aber ich schmecke nur Bitterkeit. Immerhin ist sie glücklich. Das habe ich mir schon so lange für sie gewünscht. »Oh, sie arbeiten gerne im Garten,« fragt Irma hinter uns. »Sedderwilds Bibliothek organisiert eine fantastische Urban Gardening-Initiative. Die Gruppe trifft sich immer am letzten Sonntag des Monats.« Während wir Irma zur vorderen Veranda folgen, begutachten wir die Nachbarschaft. Und ich erwarte fast, dass jeden Moment ein vertrockneter Busch aus der Steppe vorbeirollt. »Ähm, Mist von Hoven, nichts für ungut, aber, ähm, wo sind die Nachbarn?« fragt Sammy und kratzt sich am Kopf. »Findet in einem anderen Bundesstaat eine Grillparty statt, zu der wir nicht eingeladen sind?« Dank seines kruden Sins für Humor und seines Intellekts, hinter dem man die doppelte Lebenserfahrung vermuten könnte, ist auf ihn immer Verlass, wenn es darum geht, hier angespannte Stimmung aufzulockern. Und meistens gelingt ihm das, indem er einfach das ausspricht, das sowieso alle denken. Irma kichert. »Nun ja, sie sind unsere erste Autorin hier, aber es werden noch viele folgen. Das gesamte Gelände auf dieser Seite der Maple Street gehört der Sterling Foundation. Kommt mit, ich gebe euch einen kleinen Überblick.« Sie hakt sich bei Sammy ein und spaziert mit uns die Einfahrt entlang zur Straße. Piper drängt sich zwischen Mom und Alec und greift nach seiner Hand. »Also, du junger Mann, wohnst in der Maple Street zwischen der Division und der Sweetwater Avenue im Stadtteil Maplewood,« erklärt sie und zeigt auf die umliegenden Straßen. »Dieser umfasst ungefähr 15 Straßenblocks. Wir haben hier rund 2000 Einwohner. Drei Blocks weiter befindet sich der Sederville Park und hinter dem Park liegt der Friedhof. Wenn man von der Sweetwater Avenue aus nach links abbiegt und vier Blocks weiter läuft, gelangt man zu Kings High School. Und geht man da nach rechts und drei Blocks weiter, dann steht man vor der Benning Elementary School. Direkt daneben befindet sich die Pinewood Middle School. Zum örtlichen Supermarkt und zur Autobahn biegt man auf der Division Avenue einfach links ab. Ihr wohnt ungefähr 15 Minuten vom Stadtzentrum und Riverwalk entfernt. »Hier gibt es einen Fluss?«, fragt Piper. Aus irgendeinem Grund schallt sie das so interessieren. »Oh ja, der Riverwalk ist sogar ziemlich hübsch. Dort gibt es viele neu eröffnete Restaurants, Casinos und sogar eine Videospielhalle. Und jetzt habe ich noch ein paar Hinweise für die Eltern. Also, die Streetwater Avenue ist nicht die beste Gegend, wenn sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ihre Nachbarschaft hingegen ist eine gute, aufstrebende Gegend. Dann senkt sie die Stimme. Schließen sie die Türen und Fenster nachts immer ab. Lassen sie nichts im Auto oder auf der Veranda liegen, wenn ihnen daran gelegen ist. Und lassen sie die Kinder nie aus den Augen, ganz besonders wegen der vielen leerstehenden Häuser hier. Darauf werden wir so still, dass man einen Block weiter eine Stecknadel fallen hören könnte. Dann lacht Irma plötzlich auf. Aber ganz im Ernst, Sadaville ist eine der freundlichsten Städte des Landes. Das bisschen Dreck trägt nur zu ihrem Charakter bei. So kann man es natürlich auch sehen. Murmelt Sammy. Na schön, ich glaube, damit wäre alles gesagt. Nächsten Monat möchte Mr. Sterling bei sich zu Hause ein Begrüßungsessen für Sie ausrichten. Ich informiere Sie noch über die Einzelheiten. Innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen sollten die Bauarbeiten hier abgeschlossen sein. Sie haben ja meine Nummer, also rufen Sie mich an, falls Sie irgendwas brauchen. Und noch einmal herzlich willkommen in Sadaville. Irma winkt uns zu, während sie in Richtung Auto läuft und lässt uns verdattert. mit dem Überfluss an Informationen zurück, den wir zuerst einmal verarbeiten müssen. Als sie gerade losfährt, komme ich Sammy zuvor. Also, wir ziehen hier nicht wirklich ein, oder? Mom schnaubt. Warum nicht? Ähm, hast du dich immer umgesehen? fragt Sammy und zeigt auf die verwahrloste Straße. Das von Ranken überwucherte Backsteinhaus unserer Rechten wirkt wie eine einzige grüne Wand, durch die gelegentlich mit Brettern vernagelte Fenster und Türen blitzen. Na ja, wirft Alec ein, sie hat gesagt, hier werden bald noch mehr Familien einziehen. Hört mal, versucht Mom uns zu beschwichtigen. Das hier ist eine einmalige Gelegenheit und was noch viel wichtiger ist, wir wohnen hier kostenlos. Exakt, erwidere ich kichern und verschränke die Arme, und man bekommt genau das, so viel man bezahlt. Kostenlos bedeutet außerdem schuldenfrei, fügt Alec hinzu, und ich sehe den Buchhalter hinter seinen strahlend blauen Augen hervorblitzen. Betrachte es als Abenteuer. Und wir sind die Entdecker. Du meinst wohl eher, wir sind die Kolonialmacht, platzt es aus mir heraus, da all die Häuser hier offensichtlich vorher jemand anderem gehört haben. Jetzt zuckt Alec zusammen und nach den unzähligen Situationen, denen Piper Mom verunsichert hat, geschieht ihm das gerade recht. Piper zieht dann Alecs Ärmel. Daddy, darf ich mir jetzt ein Zimmer aussuchen? Ähm, natürlich, Liebes, sehen wir uns das Haus genau an. Alec nimmt Piper an der Hand und geht mit ihr hinein, ohne seine übrigen Kinder zu fragen, ob sie sich auch ein Zimmer aussuchen möchten. Aber wir mache ich etwas vor. Piper wird für ihn immer an erster Stelle stehen. Mom mustert unsere Gesichter und hebt die Hände. Na schön, ich weiß, dass ihr beide nicht gerade begeistert seid. Aber seht das positiv. Wenn das hier schief geht, dann müssen wir nur die nächsten drei Jahre hier wohnen. Drei Jahre, schreien wir im Chor. Das sind die Bedingungen für die Autorenresidenz. Das hier ist ein schuldenfreier Neuanfang, und zwar für uns alle. Genau das, was wir brauchen. Sie blickt mich direkt an. Stimmt's, Mary God? Ah, natürlich. Schuldenfrei ist besonders wichtig, weil mein Aufenthalt im Strawberry Pines Rehabilitationscenter nicht gerade billig war. Für das Geld hätte ich fast an einem Ivy League College studieren können. Das hier ist ein erster Test. So werden ab jetzt die meisten Situationen ablaufen. Und ich darf auf keinen Fall durchfallen, wenn mir die wenigen Freiheiten, die sie mir zugestanden hat, etwas bedeuten. Also beiß ich auf die Zunge und sage mein Mantra auf. Veränderung ist gut, Veränderung ist wichtig, Veränderung ist notwendig. Sammy verdreht die Augen. Aber wenn du das sagst, Oprah! Honk, honk! Hinter uns fährt der Umzugswagen vor. Hm, gerade rechtzeitig, sagt Sammy. Da kommt unser altes Leben. Mom wischt sich die Hände ab. Sammy, lauf rein und hol Alec. Mary God, kannst du schon was anfangen auszuladen, bevor die Pflanzen verdorren und Buddy in der Sonne schmilzt? Die Wagentüren gehen auf und Buddy springt mir entgegen. Er leckt mir das Gesicht ab, als hätten wir uns seit einer Ewigkeit nicht gesehen. Man muss Hunde für ihre bedingungslose Zuneigung einfach lieben. Hey, sagt Mom und geht auf die Fahrerkabine zu. Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass ihr heute Morgen hier seid. Was ist passiert? Einer der Umzugshelfer, den ich aus Kalifornien wiedererkenne, springte aus dem Wagen, während der andere das hintere Rolltür öffnet und die Rampe auswährt. Wir hatten keinen Empfang, haben ein paar Mal angehalten, um nach dem Weg zu fragen, aber niemand konnte uns sagen, wo dieser Maple Street genau sein soll. Ach wirklich, wen haben sie denn gefragt? Er kichert und zeigt hinter uns. Ihre Nachbarn! Zwischenzeitlich ist die Straße auf der anderen Seite der Sweetwater Avenue zum Leben erwacht. Ein paar Menschen strömen aus ihren Häusern und bleiben auf dem verdorrten Rasen stehen, um uns schweigend anzustarren. Wow, flüstere ich. Und dem Hanfblatt um deinen Hals, lacht Sammy und hüpft vom Bordstein. Dann stellt er sich mitten auf die Straße und winkt. Hi! Stille. Niemand reagiert. Nicht einmal die Kinder. Sie stehen da wie Schaufensterpuppen. Autsch, murmelt Sammy. Hat sie nicht vorhin gesagt, Cedarville gehört zu den freundlichsten Städten des Landes? Stimmt genau, Sammy. Beeindruckt dich unser Willkommenskomitee etwa nicht? Na los, ihr zwei. Gluckst mal. An die Arbeit. Wir gehen den Umzugshelfern beim Ausladen zur Hand und schleppen Möbel und Kisten in das Haus. Ich habe den gesamten Einparkprozess in Kalifornien überwacht, um sicherzustellen, dass uns keine Bettwanzen in unser neues Haus folgen. Ding, Ding, Ding. Überall aus dem Haus von oben, aus dem Erdgeschoss und sogar von draußen dröhnen Smartphones. Anscheinend haben alle Arbeiter ihre Handywecker auf die gleiche Zeit gestellt. 17.30 Uhr. Die Männer lassen ihre Werkzeuge fallen, hasten aus der Tür und hechten in ihre Autos. Was ist denn hier los? fragt Sammy, während er einen Koffer durch das Wohnzimmer schleppt. Ich, ich habe keine Ahnung, antwortet die Mom aus der Küche, die gerade eine Kiste voller Geschlecht. Der Küche auspackt. Mr. Watson trottet die Stufen herunter und bleibt im Flur stehen. Wir machen für heute Feierabend. Morgen geht's weiter. Internet und Telefon werden vielleicht Ende nächster Woche angeschlossen. Nächste Woche, ruft Sammy und fasst sich an die Brust. Das Elektrizitätswerk musste den gesamten Wohnviertel neu verkabeln. Hier hat schließlich seit 30 Jahren niemand mehr gewohnt. Tatsächlich, brumme ich sarkastisch vor mich hin, das wäre mir nie aufgefallen. Mr. Watson nickt uns sein letztes Mal zu und verschwindet aus der Tür. Dann fährt er mit quietschenden Reifen davon. Die haben es aber eilig, nach Hause zu kommen, Mom zuckt mit den Schultern. Oder sie sind zu einer Party eingeladen. Auf mich wirkt es nicht so, als würden sie irgendwo erwartet, sondern eher so, als wollten sie so schnell wie möglich von hier weg. Ja, das war ein kleiner Auszug. Ihr seht schon, selbst wenn ihr die anderen Buchvorstellungen oder auch Bücher nicht von Tiffany D. Jackson irgendwie schon konsumiert habt, ist dieses Buch sehr, sehr lebendig geschrieben. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu lesen. Es hat sich wie ein Film angefühlt, der immer, immer unheimlicher wird. Und zum Ende hin verdichtet sich die Atmosphäre wirklich. Also, es ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch. Und ich freue mich, dass der Fester Verlag dieses Buch mit reingenommen hat. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr sehr gern weiterlesen. Das ist, wie gesagt, bei Horror und Thriller im Festerbereich erschienen. Das heißt, ihr könnt das in jeder Buchhandlung bestellen oder auf Amazon oder beim Fester direkt, bei Fester Homepage, wie ihr wollt. Also, ich gebe euch auf jeden Fall meine Empfehlung dafür.